hallo einen wunderschönen guten abend und zwar heute spielen wir squat ich habe mich schon mal durchs tutorial geschlagen und jetzt gehen wir in den multiplayer rein hier heute übrigens mit herz monitor da geht los ich habe keine ahnung was ich weiß nicht was ich machen soll oh gott himmel auf was habe ich mich da eingelassen so instant auf einmal ganze tutorial gelöscht ja continue welche spielen wir wenn ihr eigentlich überhaupt kein typ für multiplayer aber wir lassen uns mal auf uns zu kommen vor allem dann wurde ich gerade noch zu irgendeinem squad leader fire squad leader ernannt also ich glaube wir müssen jetzt die erste flagge in eridu übernehmen entweder passiert das mit feinfeuer oder ohne gegeben wir können sich gegenseitig durchgeben dass einfach schon sofort ein anschließt kassiert ein tank ist schon down beide tanks und alle bei gas station alle aufgeben bei gas station spawne gas station gas gas town meint er also okay 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 hier wird wahrscheinlich gleich ein irgendwas kommen gehe ich mal von aus und dann heißt es wieder zack in den einsatz rein ich glaube ich die dümmste waffe die es dafür gibt oder da kommt er taxi das ist so witzig bitte los alles klar was ist das ziel ah ja okay ich glaube airbase ist das ziel und raus alle danke für den transport wir haben heute wieder mit zack in den vielleicht nein wir pushen hier wir sind außen am gas zu weit 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 Er ist vom Hangar runter. Der Panzer kommt gleich und holt ihn weg, versucht die Tau zu finden. Markiere mal. Ich guck gerade nach. Kannst du Muni platzieren? Aufpassen, er lebt noch ein bisschen am Boden. Danke. Ich weiß nicht, wie man sich hinhockt. Ich weiß nicht, wie man sich hinhockt. Oh, fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du deine gute Nelte hinschmeißt. Wir haben hier Fahrzeuge. Geht schon mal zum Jeep. Aufgeben. Spannung bei Garstown, holt ihn Lodge. Zeit, gib auf. Spannung bei Garstown, holt ihn Lodge. Ich weiß nicht, wo das Gemaller herkommt. Er macht das. Den Lodge hier. Scheiße. Okay. Egal, irgendein Lodge. Könnt ihr auf uns kurz achten Lodge nehmen? Das ist, naja, aber ey. Immerhin halbwegs, halbwegs lange überlebt, weil man ein bisschen durch die Gegend schaut. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja.